Hallo, ich bin Hanna. Ich bin Matthias. Wir sind beide aus Lübeck, aus der Pfarrei zu den Lübecker Märtyrern. Und beide in der Band. Genau, von St. Brigitta. Solche Orte wie Nütschau erreicht man nur, wenn man irgendwie mobil ist. Die sind cool etwas außerhalb, aber man muss fahren. Und jede Fahrt ist... ...sehr aufregend und immer sehr musikalisch. Es wird getanzt, gelacht und... Gesungen und alles. Wir haben immer sehr viel Spaß in dem Bus und fühlen uns da sehr wohl, weil wir ihn seit Jahren nutzen. Weil wir fahren alle zusammen im Bus und haben da immer Spaß drin. Hanna sagt immer, ich will mit dem Bulli fahren. Und so würden wir auch nach den Bandproben nicht nach Hause kommen. Oder wenn andere Jugendveranstaltungen sind, Kinderfreizeiten und was für alles haben. Ohne Bulli geht es nicht. Nee, der wird für alles genutzt. Also wir brauchen den Bus. Danke Bonifatius-Werkspender.